Ich bin hier gerade bei Isabel und ich darf mich heute nur mit ihren absoluten Lieblings- oder Hassprodukten schminken. Wir fangen an mit Primer. Das ist übrigens der von Charlotte Tilbury. Und bisher finde ich ihn ziemlich gut. Ich würde sagen, das ist dein Lieblingsprodukt. Richtig. Sehr gut. Als nächstes Foundation. Und zwar das Soft Mousse von Essence. Okay, ich finde es überraschenderweise gerade richtig gut. Okay, ich sage, das ist auch dein Lieblingsprodukt. Falsch. Concealer. Und zwar der hier von Alverde. Irgendwie hat der mich nicht so richtig überzeugt. Ich sage, das ist dein Hassprodukt. Richtig. Jetzt Bronzer und Blush. Natürlich hat sie die von Rare Beauty genommen. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen starken Blush. Ähm. Okay, also den Bronzer hier fand ich richtig gut, aber der Blush ist echt ein bisschen too much. Ich sage, das ist nicht dein Lieblingsprodukt. Freundschaft beendet!